Genau, aber wenn man jetzt denkt, ja super, dann können wir ja ab jetzt saufen, als gäbe es kein Morgen mehr, dem ist natürlich nicht so. Jetzt kommt erst mal die Spaßbremsen-Stelle. In dieser Hypothese sagt man, dass dieser normale Alkoholkonsum mit Früchten, dass das eben bei uns genetisch auch evolutiv total verankert ist, weil das einfach immer passiert ist. Du isst Früchte, das heißt Essen ist mit Trinken auch verbunden, ist deren Hypothese, dass wir deswegen auch zum Essen zum Beispiel gerne Alkohol trinken. Weil das eben evolutiv damit auch verknüpft ist.